So, heute ist wieder ein Carport fertiggestellt worden. Doppel Carport mit Geräteschuppen und einer schönen Italici-Verblende. Sichtschutzwand wollte der Bauherr nur halb hoch haben. Das sieht aus. Die Blende und die Holzkonstruktion in ein dunkelbraun soll das sein. Wollte der Bauherr so haben nach Aal. Ja, so sieht das aus hier, wenn wieder ein Carport fertiggestellt worden ist. Und wir sind auch froh, dass alles so gut geklappt hat. Bis zum nächsten Mal.